nur damit ihr bescheid wisst das ist ein spiel ein entspannungsspiel sagen wir mal so willkommen zu mini gold adventure wir spielen keine ahnung rennen schulbesitz verkauf okay das wahrscheinlich liga cpu schleudersitz übrigens sollte falls ihr nicht wisst was das ist mini golf adventure es gibt verschiedene mini golf spiele und ich dachte wir spielen fünf spiele mini in fünf folgen mini golf wollte das testen ich wollte das spiel mit euch und jetzt testen wir mini golf adventure aha okay ich kohle wieder zurück das ist enttäuschend das was sie das was sie das war wirklich sie auch schon übrigens leute ich denke mir mal wir spielen äh schleudersitz 4 okay jetzt wahrscheinlich was wenn im frost oh mein gott spiel hat ne fucking story willst du mich erhascht okay 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 dann spielen wir das spiel dann spielen wir die story durch part 1 und etwas fünf folgen soll es immer so du musst die ball in das loch befördern um das damit so abzuschieben hätte ich nicht gedacht okay schnauze jetzt erst mal münzen sammeln ok natürlich natürlich ich zurück was 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 hey nein Oh mein Leben, Alter. Komm runter, komm runter, ja, 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 mach weiter, mach weiter, mach weiter, ach, du kleiner Hund. Collect Vorteil. Warte, zu viele Schläge, wie viele darf ich denn machen, Alter, Collect, Alter, zwei Trophäen, Alter, was zum Fick, ich wusste nicht mal das Minigolf überhaupt, äh, lalalalalala, natürlich, ja, beim ersten Versuch. Was ist das denn, was ist das denn, für eine Kacke? Ich dachte, ich spiele Minigolf, nicht Minigolf mit, so noch ein, bevorzugen. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Nein. Da. Hm. Ich kann doch mal stehen, nur ist Geburt. Hä? Ich dachte, ich spiele Minigolf, ne, ich spiele Minigolf mit, ja, und, ja, und ich zusammen. Das, das merke ich mir. Hallo. Und verkackt. Auch wenn ich das jetzt nicht schaffe, ich habe verkackt. Oder, oder? Oh, ich hab's, was? Äh. Ich hab drei Schläge nur. Äh. Okay. Sag mal. Kann ich auf die, oh geil, ich kann sich auf die Position ändern. Wow. Das erzählt mir das Spiel jetzt erst. Wow. Nein. Oh, warum? Warum tust du mir das an? Bitte noch einschlag, bitte noch einschlag. Noch einschlag. Ach so, warte mal. Wenn das Feuer... Okay, das Feuer ist mein Schlag. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Er ist noch drinne. Du Hund. Er war drinne. Ich glaub, das mach ich jetzt Let's Play, Alter. Eigentlich macht's... Er macht's süchtig. Komm, ich hab sieben Schläge, ne? Nein, da hin. Nein, da hin. Jetzt eigentlich einen ganz vorsichtigen Megaschlag. Zack, zack. Hallo? Hazel Hazel Das war zu hoch Ich sehe halt nix ist das Problem Jetzt habe ich wieder verkackt Ja Egal was ist das Die ganze Spielwelt mag mich anscheinend doch nicht Huiiii zu hoch Äh was ist das denn Hm Waa 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 was Nun die Golf Bloss mit Schon mal rein hier jetzt ne Ok wie vorsichtig musste ich drauf hauen Spiel so ja Ich habe es Kollekte 12 Na auch jetzt habe ich schon wieder ver- Ah ne Würde ich das zum letzten Mal machen Ich hätte verkackt in ganze Spur und Ebene und alles andere auch Mein ganzes Leben zieht an mir vorbei Oh mein Gott Das war clean, das war clean, das war clean Das war sehr clean Oh neee Das war nicht clean Irgendwie dreht sich die Kamera nicht so wie ich will Ok eine Wärteres was Wärteres was Wärteres was Bisschen vorsichtiger Angehe Hä Hä Wow Ich muss Diamanten sammeln Wow Wie wenn die ersten Diamanten verfickter scheiße da sind Der Macher mag mich nicht Guck und schon wieder Wo rolle ich hin Nur weil er gesagt hat nicht genug Diamanten Bin ich jetzt wieder am Arsch Dankeschön Und ich fliege wieder zu hoch Digga Ich mach Mach den Elfmeter Bleib noch da Bleib noch da Oh Mann Warum immer noch da Was hast du mit dieser Kack-Ecke Wenn du sie liebst, dann heirate ich sie auch Du kleiner Hohrensohn Wuii Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich will jetzt ganz kurz gucken wie viele Level habe ich jetzt geschaffen? Wie viele gibt es? Wie viele gibt es? Ich habe das Gefühl ich kann weiter runter scrollen irgendwann mal Okay Leute das war es mit der ersten angeguckte Folge Minigolf Minigolf Die nächste Folge wird lang Vertraut mir 85 Stern Alter Und ja das war es mit der ersten angeschaut Folge Minigolf Adventure Bis zum nächsten Mal haut rein und tschüss Ja das Versteht Auf Wörter eins Wir 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 Vielen Dank.